Herzlich willkommen, Hallöchen! Schön, dass ihr hier seid am letzten Sendetag in den Sonntagrindern. Tja, und dann wollen wir mal, hauen wir mal die Bremse raus, den Gang rein und dann geht's los hier, denn da wird die Karussell gefallen, dann geht mal Gummi ab die Maschine. Tja, und dann hören wir mal ganz gemütlich an ihm. Leute, alles startklar. Dann wollen wir mal, ab geht's! Guck mal, ich hab's nicht so raus, wir sind so süß und erst zusammen, doch immer muss ich nur voll weit, wann wir noch essen, wir sind schon gleich. Aber fällt mal richtig an, und dann kommt man nicht weg. Vor dem Fass auf jeden Fall, wir haben nachher unten, da ist auf und kommt, wir bleiben, bleiben, bleiben wir hier. Tja, und dann fangen wir mit nem Schuss an, Leute. Jetzt geht's los hier! Das war ja so frei, das war ja so frei. Noch ein paar E-Series oder so. Das war ja so frei. Wir sind hier auch. Ich dachte, wir hatten ja schon den All-Stopp. Wir wollten die nicht gehalten, wir haben ja so gemerkt, weil ich doch einfach mal auf die Stippe. Da hab ich so aufgemacht. Da hast du meine Richie hier? Jetzt ist der Boden und jungen! Das war's für heute. Was geht denn bei den beiden Mädels eigentlich mal ab? Ich weiß nicht, keine Ahnung, von der Handwahrung? Da geht die Party ab, Leute, hier geht's! Jaaa! Ich glaube, wie weit war das? Der Ding ist externe! Ja, ich war feierbar! Jaaa! Oft kopiert man ihn aus! So, die Nummer eins hier! Good in Düsseldorf! Jaaa! 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 Jaaaa! Jaaa! Da geht die Stimmung! Die baldste Stimmung, Leute! Das hat einer richtig! Ja! Wir haben den Füllstattprinke! Jaaa! Wuuu! Hurra! Achtung, Vorsicht an der Wabernkante, zurückbleiben bitte, bis die Kante steht.